Peace Leute, was geht ab? Ihr seht, heute ein brandneues Video zugleich drei Nike Fußballschuhen. Wir schauen uns das komplett neue Pack an, dass ihr alle Infos zu neuen Fußballschuhen von Kili Mbappé, Vinicius Junior und den anderen Nike Spielern habt. Deswegen rein ins Video. Ihr seht es Leute, drei neue Nike Pakets. Ich labere nicht drüber rum. Das Ganze ist das neue Lucen Pack. So heißt das neue Nike Pack. Wir haben für euch alle Fußballschuhe am Start. Und natürlich zu zeigen, was hat es mit diesem Pack auf sich, was muss man wissen und wie ist unser Fazit. Das schauen wir uns heute genauer an. Den einen kennt ihr natürlich schon aus dem Playtest, den Nike Mikul. Aus diesem Pack in gelb gehalten. Sehr auffälliges Colorway. Ich bin aber ein riesen Fan davon. Ich muss sagen, irgendwie bin ich mit dieser gelben Farbe mega happy, was ich am Anfang gar nicht gedacht hätte. Dazu gibt es schon ein separates Video. Schaut es euch gerne an, wenn ihr mehr über die Performance und auch mehr über die Details von diesem Fußballschuhe wissen wollt. Haben wir für euch natürlich schon abgedreht. Außerdem endlich mal wieder ein Nike Tiempo Legend am Start. Auch diesen Fußballschuh wird es nochmal als separates Review geben. Haben wir jetzt ja ein Jahr lang kein Review mehr zu diesem Fußballschuh gemacht. Sprich vor allem die Haltbarkeit und die Langzeitperformance von diesem Fußballschuh schauen wir uns dann genauer an. Und auch ein überraschend heftiges Colorway zum Nike Phantom GT ist auch mit am Start. Das heißt ein sehr, sehr spannendes Pack. Das schauen wir uns heute genauer an. Falls ihr euch die Fußballschuhe sichern wollt, checkt den Link unten in der Beschreibung aus. Dauert nicht mehr lang. Dann erwarten euch diese Fußballschuhe zusammen mit Absolute Team Sport. Gibt es dann auch nochmal einen Playtest zum Phantom GT und zum Tiempo. Seid also auf jeden Fall gespannt. Da wird es nochmal separate Videos geben. Da geben wir auf jeden Fall Vollgas für euch. Aktuell geht es ja ordentlich durch die Decke, was die ganzen Videos angeht. Sehr, sehr viele neue Schuhe. Sehr spannende Drops. Deswegen, wie gesagt, heute das komplette Lucent Pack für euch am Start. So nennt sich das neue Nike Pack, was jetzt quasi für die Saison das erste Main Pack ist. Also auch die ganzen Nike Athleten werden jetzt nach und nach diese Fußballschuhe spielen. Das heißt, schaut genauer hin, dass wir das in den Fußballschuhmios dann nochmal anschauen können. Ist optisch gesehen auf jeden Fall ein sehr farbenfrohes Pack, muss man ganz klar so sagen. Aktuell natürlich die sommerlichen Farben, deshalb auch sehr auffällig. Ich muss aber sagen, ich bin überraschenderweise ein großer Fan davon. Wir schauen uns natürlich gleich die Optik im Unboxing an. Da gibt es dann auch das Fazit von mir und die Reihenfolge. Da ist natürlich eure Aufgabe, auch Feedback da lassen. Jetzt aber würde ich sagen, bevor wir gleich ins Detail gehen, schauen wir uns das direkt mal an im Unboxing. Starten wir rein also mit dem ersten Schuh und das ist der Nike Phantom GT 2 Elite. Wir haben den einmal Low Cut, einmal High Cut. Ich habe mich jetzt hier für die High Cut Variante entschieden. Hier aus dem neuen Lucent Pack. Ein sehr, sehr heftiges Colorway, was die Auffälligkeit angeht. Wir haben jetzt einmal so eine türkis-blau, schwarz und auch gelb. Und hier auch noch so ein bisschen violett am Start. Also sehr farbenfroher Schuh. Ich muss aber sagen, ich bin ein richtig großer Fan von dieser Optik. Das sieht sehr, sehr geil aus. Hier hinten das Phantom Logo. Die Innenseite ähnlich mit dieser Struktur. Hier nochmal quasi die Einteilungen auch hier in schwarz vorgenommen. Finde ich, es sieht sehr, sehr cool aus. Mal schauen, was ihr hier dazu sagt. Ist natürlich sehr gewagt, aber ich muss sagen, ich feiere es. Ich finde auch den Nikes, wo schon oben ziemlich cool, dass der hier quasi auf der Innenseite ist. Hier auf der Außenseite nochmal klein. Hier haben wir das Phantom GT Logo. Ich kann auch diese gereffelte O-Material-Art, glaube ich, ganz gut erkennen. Am ganzen Schuh untergebracht ist ja diese Grippstruktur. Also auch hier auf der Innenseite. Die Sohle sieht so aus. Sehr viel gelb und schwarz in Kombination mit weiß. Das ist also ein sehr farbenfroher Schuh. Es sind einige Farben auf jeden Fall untergebracht. Ich muss aber sagen, ich finde das Ganze relativ cool. Ist natürlich sehr auffällig und deshalb auch, glaube ich, viele, die es feiern und viele, die es absolut nicht feiern. Nächstes Rost muss ich sagen, ein cooles Colorway, das es so noch nicht gab. Ein zweiter Schuh ist natürlich auch am Start. Den müssen wir uns aber nicht mal zeigen. Das ist natürlich der identische. Aber was euch immer interessiert, wir haben natürlich hier auch wieder einen Beutel am Start. Passend zur Optik des Phantom GT hier in gelb und blau. Weiter geht es mit Schuh Nummer 2. Und hier haben wir jetzt den Nike Tempo Legend 9 Elite. Auch der ist eigentlich mal wieder am Start. Wir machen das Ganze mal auf und finden hier dann dieses sehr spezielle Colorway. Am Anfang dachte ich, okay, es ist weiß, aber es ist auf jeden Fall Lachsfarben. Es ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Wir haben hier so einen gelb reflektierenden Nike Swoosh. Tempo am Start. Und wie gesagt, die Grundfarbe Lachsfarben trifft es, glaube ich, ganz gut. Tempo Logo hier in der Ferse, finde ich immer, sieht sehr, sehr cool aus. Innenseite auch die Lachsfarben mit diesem Streifen hier. Und hier nochmal so die Krippstruktur. Das ist ein sehr weicher Fußballschuh, ist sehr Leder. Kehle wäre genauer gesagt, hier haben wir auch, man kann es ganz gut erkennen, Tempo, also die Nike Tempo Legend Sohle. Geht den mal zur Seite. Auch den zweiten haben wir natürlich am Start. Der ist identisch, also gelb gehalten, Lachsfarben. Hier auch noch das Tempo Logo. Innenseite ist dann gelb. Sehr viel Kripp, O-Material, sehr weicher Touch. Wahrscheinlich der beste Fußballschuh, was das Thema Komfort angeht. Aber auf jeden Fall mit Lachsfarben auch etwas riskant. Der Beutel ist nicht Lachsfarben, das hat mich bewundert. Es ist gelb, also passend zu dieser Loose Handpack Optik Tempo. Und hier haben wir auch nochmal das Nike Tempo Logo. Und zu guter Letzt fehlt natürlich noch ein Nike Mikro Schuh. Ich habe mich diesmal für den Vapor 15 entschieden, hat mir noch nicht in den Videos. Deshalb das Unboxing zu diesem Exemplar hier. Der neue Vapor 15 ist ja auf jeden Fall deutlich höher. Sieht man, glaube ich, ganz gut im Vergleich zum Vorgangmodell. In diesem ultraheftigen gelben Colorway, was ihr auch schon zum Unboxing des Nike Superfly gesehen habt. Wir haben gelb und hier auch wieder dieses Lachsfarbene. Und der Nike Swoosh mit dem Mikro Logo. Finde ich immer ganz cool. Hier nochmal so ein kleines Detail im Nike Swoosh. Innenseite für mich das Highlight mit dem Air Logo. Hier auch nochmal mit Kühl untergebracht. Und so ein Monogramm. Sieht sehr, sehr heftig aus. Neue Obermaterial, das Vapor Posit Blast kann man auch ganz gut erkennen. Wie gesagt, hier gelb und umrandet ist das Ganze dann schwarz. Dieses Lachsfarbene. Die Sohle auch hier. Die Zoom Air Technologie, man kann es hier ganz gut erkennen. Dieses eingeschweißte Luftpolster. Das sieht man, glaube ich, hier ganz gut. Das ist ja natürlich mein Fazit. So ein bisschen habe ich mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten ein sehr, sehr starker Fußballschuh mit sehr, sehr weichem Obermaterial. Das Ganze hier nochmal mit dem Mikro Logo hinten an der Ferse. Wie gesagt, hier der Nike Swoosh. Der zweite Schuh sieht natürlich identisch aus. Einfach mal hier mit dem Air Zoom Logo. Haben wir auch nochmal so ein bisschen pinke Details hier vorne. Flyknit ist hier dann hier oben, also diese textilartige. Hier mit Kühl. Auch nochmal der Nike Swoosh ACC All Condition Control mit dem Vapor Posit Blaster Material. Steht hier auch nochmal. Ich zoome ein bisschen ran, dass ihr das auch wirklich erkennt. Dieser Vapor Posit Blaster. Man sieht auch ganz gut die Struktur hier. Hier, wo es verstärkt ist. Und hier ist es wieder so leichter. Und den Zandaren darüber. Inspiriert haben wir ja schon für euch in den Reviews gezeigt. Also ein sehr, sehr starker Fußballschuh. Und der Beutel, wie gesagt, auch am Start. Hier mit diesem Nike Air Logo. Kommen wir jetzt mal zu meiner Reihenfolge. Bei mir ganz klar auf Platz Nummer 1 der Nike. Mit Kühl sowohl der Vapor als auch der Superfly in diesem gelben Colorway extrem stark, meiner Meinung nach. Da gibt es von mir 9 von 10 Punkten. Sieht sehr, sehr stark aus. Bin ich ein großer Fan von. Platz Nummer 2. Geht tatsächlich an den Nike Phantom GT. Ich finde dieses Colorway auch überraschenderweise sehr, sehr geil. Ist mir ein bisschen zu bunt, um es selbst zu spielen. Aber so, was das Design angeht, muss ich echt sagen, sehr, sehr coolen Shop von Nike. Gefällt mir sehr gut. Auch wenn es mich ein bisschen an den SpongeBob erinnert. Ich weiß nicht warum. Und zuletzt dann der Nike Tiempo Legend. Obwohl ich den auch relativ stark finde. Dieses Lachsfarben ist relativ schwierig für die Augen. Ich habe einfach gedacht, der ist ein bisschen heller. Ein bisschen mehr so dieser Chromlook. Aber es ist wirklich Lachsfarben. Der Phantom GT kriegt von mir 8 von 10 Punkten. Und der Tiempo 7 von 10 Punkten. Eure Meinung gerne dazu in den Kommentaren da lassen. Platz 1, 2 und 3. Und natürlich dann auch die Punktzahl dazu. Bin gespannt, ob ihr das anders seht. Auf jeden Fall ein sehr auffälliges Pack. Aber meiner Meinung nach sehr gut getroffen von Nike. Vor allem hier beim Nike McHugh. Den wird es auch bald endlich zu kaufen geben. Wenn ihr das nicht erfassen wollt, wisst ihr ja. Link unten in der Beschreibung. Sehr, sehr starker Fußballschuh. Haben wir natürlich auch schon zwei Playtests. Beziehungsweise Reviews dazu gebracht. Den Vapor haben wir noch nicht gespielt. Beziehungsweise noch nicht gezeigt. Gespielt habe ich ihn natürlich schon. Und ich muss sagen, der sieht sehr, sehr cool aus. Ist ein bisschen höher als das Vorgängermodell. Da muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Aber insgesamt, so was den Schuh angeht, bin ich damit sehr, sehr happy. Phantom GT bin ich mal gespannt, wenn ich den wieder spiele. Hab den jetzt lange Zeit nicht gespielt. Bin ein großer Fan von diesem Schuh. Bis auf diese blöde Ferse. Muss man ganz klar so sagen. Da gibt es immer wieder Druckstellen. Wenn man hier keine Probleme hat, ein extrem guter Fußballschuh. Vor allem für Spieler mit leicht breiten oder breiten Füßen. Da ist der sehr, sehr gut drauf ausgelegt. Feiere ich mega, ultra weiches Obermaterial. Sehr guter Grip. Insgesamt also auch für die Offensive sehr gut geeignet. Und hier wahrscheinlich mit dem Nike Tiempo Legend. Der beste Fußballschuh, was den Komfort angeht. Muss man gar nicht klar so sagen. Viel besser geht es eigentlich nicht. Ich kenne da Obermaterial sehr, sehr weich. Ich spiele aktuell tatsächlich den Tiempo im Training. Hab mich auch überrascht, dass ich mal den Vapor wieder zur Seite gestellt habe. Mal wieder den Tiempo lange Zeit zu spielen. Auch wegen dem Review, was noch kommt. Da muss ich sagen, das ist einfach ein ultra geiles Gefühl mit diesem Schuh. Man hat keinen Druckstellen. Fühlt sich sehr, sehr locker. Es ist ein sehr weiches Obermaterial. Spürt den Ball sehr gut. Also muss ich schon sagen, extrem cooler Schuh, was den Komfort angeht. Und auch insgesamt ist er deutlich leichter als die Vorgängermodelle. Kann also auch als Lederschuh mit den Speedboots, sage ich mal, mithalten mit dem Gewicht. Aber es ist ja kein klassischer Speedboot. Auf jeden Fall Nike sehr gut aufgestellt für die kommende Saison. Wird auch vielleicht mal wieder Zeit. Komplettes Nike vs. Adidas Boot Battle. Also die drei Adidas Modelle gegen die drei Nike Modelle. Wenn ihr da Bock drauf habt. Feedback unten in den Kommentaren da lassen. Bin gespannt, wenn ich hier dazu noch die Reviews bringe, wie euch der Schuh dann gefällt. Nichtsdestotrotz habt ihr den ja heute sehr gut im Video mal sehen können. Das neue Pack für die Saison. Ich bin gespannt, wann CR7 mal wieder auf dem Platz ist. Dann streckt ihr natürlich auch diesen Schuh in Superfly. Nike Athleten. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, auffallen, wenn man die Schuhe an hat. Gelb muss natürlich zum Trikot passen. Aber auf jeden Fall an sich ein sehr cooles Colorway. Ihr findet natürlich nochmal alle Infos unten in der Beschreibung. Schaut dort gerne vorbei. Und wenn ihr natürlich die Reviews bzw. den Blade-Test zu diesem Pack nicht verpassen wollt. Unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das war es auch schon wieder zum heutigen Video zum Nike Lucent Pack. Ich bin sehr gespannt, was ich von euch als Feedback in den Kommentaren lesen werde. Ihr habt es gehört. Eure Meinung, Platz 1, 2 und 3, 1 bis 10 unten in den Kommentaren da lassen. Ich bin sehr gespannt. Außerdem den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und das schützt meine Arbeit enorm. 100.000 Abonnenten sind unser Ziel. Deswegen macht ordentlich Welle. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut beim Sportlich. Haut rein und ciao.